Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 6.11.2020. Ich habe mich jetzt zwei Tage lang nicht gemeldet, weil ich zu müde war und weil einiges los war zu Hause. Aber es hat alles ein gutes Ende genommen. Mein Vater ist negativ getestet auf Corona und hat somit kein Corona und auch keiner bei uns zu Hause. Mir geht es gut. Ich habe noch immer Schmerzen und schlafe nicht besonders gut. Aber sonst geht es mir relativ gut. Ich habe heute wieder mit Kirsten telefoniert und da haben wir über alles mögliche geredet. Es hat es gut getan. Am Montag wollen wir wieder telefonieren. So ging Mittag und wann habe ich noch nichts vor. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es die nächsten Tage weitergeht. Ähm, Christoph habe ich noch immer nicht verständigt. Und auch am Montag mit Kerstin steht noch keine Uhrzeit fest. Und sonst gibt es auch nicht viel Neues. Ähm, ich bin noch sehr müde und und schmerzgeplagt von meinem Kreuz. Und das macht den Tag ganz schön anstrengend. Ähm, sonst kann ich eigentlich nichts erzielen. Weil es nichts Neues gibt. Und wenn es wieder mal was Neues gibt, dann melde ich mich wieder. Aber im Moment, und ich glaube, das wird sich die nächsten Tage nicht ändern. Darum beharr ich jetzt nicht jeden Tag auf ein Video. Und wenn es nichts Neues gibt, dann kann ich eben nichts berichten. Und dann bleibt das Video aus. Ich möchte euch damit nicht in den Stich lassen. Und wer von euch Hilfe braucht, meine E-Mail-Adresse. Das steht unten in der Infobox. Ähm, oder wer reden will, kann mich anschreiben. Über E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Und sonst wünsche ich euch einen Schülernabend. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.